Das Konzept Nostalgie nach fixem Fahrplan scheint aufgegangen zu sein. Es begann bereits im Jahr 2004. Der Erlebniszug von Wien auf den Semmering mit dem klingenden Namen Zauberberg wurde ein voller Erfolg. Alle Erlebniszüge können mit normalen Fahrkarten zweiter Klasse benutzt werden und sämtliche regulären Ermässigungen werden anerkannt. Im heurigen Bar- oder Speisewagen sorgt man für das leibliche Wohl während der Fahrt.